Die Friesenkäufer haben große Gegenstände unter ihrem Vordersitz. Sobald Sie die Fettstücke sicher untergebracht haben, nehmen Sie bitte Platz. Sobald Sie den anderen Passagieren, um zu erweitern und einen fliegenden Abflug zu erweitern. Sobald sie die Fettstücke, wir sind jetzt auf den Fettstücke, aber es findet ihr die Fettstücke. Sobald Sie die Fettstücke. Sobald Sie die Fettstücke. Na der Fettstücke, wir sind in der Fettstücke. Oi! Misch, Kaffee, Kaffee Danke Danke Leute, diese Essen Tänne, ihr habt Hunger? Tänne! Ich werde es nicht machen. Ich bin total interessiert Es ist nur zu garantieren, dass eine Foto wird schön sein. Leute, wir sind im Paraiso der Cervejas. Und die Alkohol hier in Deutschland ist sehr günstig. Die Brille sind 1,70€ und die Brille sind... ... und 500ml oder 400ml. Ich weiß nicht, was ich wähle, weil ich... ... schau mal... Olha a Fener. Leute, hier sind alle unterschiedliche Marken. Ich weiß nicht, wo ich anfangen. Wir haben jetzt einen Kit Cerveja gekauft. A Fener hat eine sehr選nung für uns. Wir sind jetzt hier im Park, und wir gehen hier im Park, und wir machen die Länge. Ihr wisst ja, wer kennt die ganzen Vlogs hier in Europa. Wir gehen hier im Park. Du hast es in der Internet? Ich bin! Was? Was? Das ist die Fenja. Daher werde ich sie direkt zeigen. Wenn sie ein bisschen bemerkt. Die Fenja nicht will erzählen. Ich habe sie gesagt, weil sie nicht repetieren will, was sie gesagt haben. Aber wir sind in einem Park, ein Aeroporto, nicht Abandonnado, aber ein Aeroporto, das in Desuso kam, und sie sich in einen Park. Es gibt viele Sachen hier drin. Wir sind jetzt in einem Horten, in der Gemeinschaft, und es gibt einen Ballet, ein Mini-Golf, eine Barbeque, ein Skate, viele Leute andando mit Patins oder Bicicletas. Es gibt eine Piste von Skate. Es gibt noch ein paar Sachen. Ich finde diese Idee sehr unglaublich. Wir sind jetzt in der Horta, um ein bisschen zu Ihnen. Es ist Mara. Mara? Mara. Ich habe es vergessen. Es ist Templo. Es ist T-E-M-P-L-E-H-O-F. Ja, klar. Dann kann ich es auf Google suchen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, klar. Ja, klar, klar. Vielen Dank. Das ist von Bavaria, Berlin, Berlin, das ist von Black Forest. Das ist von Bavaria, Berlin. 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 Das ist von Bavaria. 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 Das ist von Bavaria, Berlin. die alle judeen, die alle judeen. Oder sie hat sich, dass sie wegzunehmen, weil sie wegzunehmen ist, und wir sie verloren haben. Es ist eine Frage, dass es sich nicht mehr zu verlieren. Sie wissen, dass die Zeit, die judeen judeen, was passiert ist. Die Leute auspielen, die sich nicht mehr zu verlieren. Es zeigt sich, dass sie sich nicht mehr zu verlieren. Ich glaube, Ich denke, die Lápide ist sehr schade. Es ist sehr einfach. Obwohl, obwohl. Wir sind wirklich, die hier in der Fähne ist. Wir sind momentanisch in der Zeit. Das ist die Lápide. Das ist die Lápide. Ich bin so gut, aber ich kann sie rüchen. Das ist die Lápide. Das ist die Lápide. Das ist die Lápide. Die Lápide ist das Lápide. Ich habe gesagt, Lápide, aber ich habe das Wort falsch gesprochen. Es ist mehr eine Kovale. Sie sehen, dass es ein Format von einer Kovale ist? Vielleicht ist es eine Verbindung von zwei Sachen. Es hat geschrieben, FITNESS FIRST. Dann haben wir uns im Jardim. Wir sind jetzt in der Akademie. Wir sind jetzt hier zum letzten Mal. Wir sind im Jardim. Wir sind hier im Jardim. Das ist ein Jardim. Ich habe das falsch gesprochen. Das ist ein Jardim. Wir sind hier im Jardim. Wir sind im Jardim. Wir sind immer im Jardim. D Oh tweet ist beim Oas, im Nachmittplatz. Musik wird dann im Heidens going. Vielleicht ist ein Innertem der Stadt. Wir sind hier im Geburt. ed Boden zurück wurde zu wollen. Es gibt ein K sumbyn nochmal eine Schlange hier unterocaust uniforme. Ein splicter leichter diagnostic whichrum da Wasser genutig. Da habe einen Sprink ! Ich bin hier in der Erde. Amei! Ich möchte hier noch ein paar Tage. Musik 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 Ich hoffe, dass ihr hier nicht gut seid. Die Töne, die ich mache, das Falsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch. Ich nehme die gute Weich-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch-Salsch. Das sind wir hier sehr viel. Das sind wir hier haben. Das ist das, das ist das schon mal. um dia gente já é o próximo dia ontem acabou que depois de comer a gente saiu foi pra casa de uma amiga da Feni a gente ficou lá a noite toda bebenhando conversando e foi muito bom o pessoal a turma é muito legal e hoje vamos fazer outras coisas mas já vou encerrar esse vídeo aqui pra esse vlog não ficar muito grande então um beijo pra vocês e obrigado mais uma vez por assistirem não esquece de curtir e comentar e escrever todas aquelas coisas e até o próximo tchau mas é o mais perto que nós vamos chegar sem dar briga com as pessoas